Wenn ich ihr Lachen sehe, dann ist das mein Lohn eigentlich. Es ist nicht einfach nur irgendeine Nummer, sondern du bist jemand in Casavita. Nicht, dass ich selbstverständlich finde, dass eine Heimleitung so hinter einem steht. Es war eigentlich das grosse Ganze. Es hat einfach für mich gestimmt. Die Philosophie, das Leitbild. Man fühlt sich wohl im Betrieb und am Ort, wo man ist. Das ist ja ihr Zuhause. Uns ist es sehr wichtig, dass der Bewohner das spürt. Dass das zuhause ist und nicht, dass er einfach da ist. Wir machen unseren Job und pflegen und gehen dann wieder. Die kennen seinen Namen, die rufen den Übergang, die möchten von ihnen gepflegt werden. Also ganz toll. Hilfsbereit, unterstützend. Das Team. Ich habe mich gerade am ersten Tag so herzlich gefühlt. Gut, das war vor 17 Jahren, aber das mehr. Also wirklich als Lernende habe ich dann gestartet. So herzlich willkommen. Ich war hier. Wenn du Freude hast am Pflegeberuf mit Herz dabei bist. Wenn du eine Fachperson bist als VG oder HF. Dann bist du hier in der Gazavita Stiftung Herrichtung. Ich bewirb dich jetzt. wieder. Alles war vor.